Hallo zusammen, ich hatte mal wieder Lust ein bisschen... Äh... 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 Fuck. Hallo zusammen, ich hatte mal wieder Bock ein ein bisschen... Äh, adding-heavy-eres Video zu machen. Zum einen, einfach weil ich gerade Bock drauf hatte, und zum anderen, weil ich mit dem eigentlichen Video gerade nicht weiterkomme. Und, ja, wenn ihr Feedback und Blah und Blubbt habt, in die Kommentare, wie immer. Ich bin kein großer Freund von speziesbasierten Pantheons. Zum einen wegen der Implikationen und zum anderen ist es gleichzeitig unheimlich langweilig und unnötig kompliziert. Wenn wir uns mal die Zeit nehmen und die Uhr zurückdrehen zu Tolkien und zu einem geringeren Grad Gygax, macht das Ganze zu einem gewissen Grad Sinn. Einfach weil zu der damaligen Zeit Spezies und Kulturen gleichgesetzt wurden. Und dadurch waren natürlich auch Götter und Spezies eng miteinander verbunden. Was heißt, dass gewisse Kulturen und Götter nur für gewisse Spezies akzeptabel sind und alle anderen Spezies sind davon automatisch ausgeschlossen. Und davon bin ich kein großer Fan. Wegen Bad Optics und jada 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 jada. Gott, ich war zu lang nicht mehr draußen. Jesus fucking Christ. Nehmen wir hier einfach mal eine Gottheit, die verantwortlich ist für Gift, Heilung und Schlangen. Das heißt, standardmäßig würde sie von Schlangenwesen als Schöpfergott angebetet werden und wäre bei anderen Spezies nur als Schöpfer von Schlangen und Schlangenähnlichen Monstern bekannt. Was dazu führt, dass jeder Charakter, der das Dogma dieser Gottheit praktiziert oder der diese Gottheit direkt anbetet, in diese Schlangenmensch-Kategorie reinfallen muss. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich davon kein allzu großer Fan. Ich meine, ja, Orks sind wütend und kriegerisch, also macht es Sinn, dass ihr Schöpfergott wütend und kriegerisch ist. Aber es macht nicht wirklich Sinn, dass es 50 verschiedene Gottheiten gibt, die im Grunde alle dieselbe Aufgabe erfüllen, aber exklusiv von verschiedenen Spezies angebetet werden. Aber zurück zu unserer Schlangenheilungsgift-Gottheit. Beim ganzen Schlangen-Ding wäre die Schöpfung von Schlangen und Schlangenähnlichen Monstern dabei und natürlich würde sie wahrscheinlich weiterhin von Schlangenmenschen als Schöpfungsgottheit angebetet werden, aber die Aspekte von Heilung und Gift wären interessant für Heiler, Giftmischer, Assassine und Alchemisten. Und dadurch ergeben sich zwei Dinge. Erstens, dass Gottheiten nicht nur durch die Spezies angebetet werden, die sie erschaffen haben und zweitens, dass diese erschaffenen Spezies andere Gottheiten anbeten können. Außerdem heißt das, dass wenn unsere Schlangengottheit Heilung und Gift verkörpert, kann es eine andere Schlangengottheit geben, die beispielsweise Stärke verkörpert. Das heißt, einige Leute werden die Gottheit von Gift und Heilung anbeten, andere werden die Gottheit der Stärke anbeten und wieder andere werden beide anbeten. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass verschiedene Arten von Schlangen von verschiedenen Schlangengottheiten erschaffen wurden und dass sich verschiedene Schlangenmenschen auf verschiedene Schöpfungsgottheiten berufen würden. Oder beide Gottheiten anbeten oder eben keine von beiden. Im Endeffekt heißt das für uns, dass jeder individuelle Charakter ein weiteres und diverseres Pantheon anbeten kann, zu dem die Schöpfungsgottheiten nicht notwendigerweise gehören müssen. Und dann wenn man 그 Schöpfungsgotoland ont interpretiert,